Hallo, heute sind wir im Zoo Krefeld. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Julian ist jetzt fast sechs Monate alt, also in zwei Tagen wird er sechs Monate alt, hat sich prächtig entwickelt. Er hat ja beim letzten Besuch vor knapp zwei Monaten 3,6 Kilo gewogen, jetzt sind wir schon bei 5,6 Kilo, das heißt gute zwei Kilo Gewichtszunahme, hat auch einen ganz schönen Entwicklungssprung gemacht, wie man sieht, ist sehr agil geworden, klettert viel, ist sehr viel selbstständiger und auch mal alleine unterwegs, bewegt sich jetzt auch mal ein bisschen von mir weg, hat mich aber natürlich immer in Griff weiter, wenn er sich doch mal erschreckt oder irgendwas anderes passiert. Wir haben jetzt auch endlich Zähne, er hat jetzt oben zwei Zähne und unten vier Zähne, die letzten zwei sind gerade vor ein paar Tagen durchgebrochen und so an sich. entwickelt er sich super. Wir haben jetzt mit fester Nahrung angefangen, ab und zu mal ein Pärchen Möhrchen für ihn schön weich gekocht noch, damit er sich daran gewöhnen kann langsam und so an sich läuft alles echt super. Wir sind sehr froh, die Zusammenführung mit seiner Familie läuft immer noch gut, die Oma und seine Tante sind immer noch wahnsinnig an ihm interessiert. Und so langsam fangen wir jetzt halt an mit so Sachen wie jetzt hier zum Beispiel, dass wir mit ihm mal auf die Außenanlage gehen, dass er das auch mal kennenlernt, dass die anderen ihn auch schon mal auf der Außenanlage riechen können, weil wenn wir hier runter gehen, dann sieht man das immer ziemlich genau, dass alle anderen direkt die Stelle untersuchen, wo wir mit ihm jetzt hier waren. Und das findet er auch recht spaßig, er kann auch dann schon mal Besucher mitkriegen und sehen. und wir sind echt happy und hoffen, dass das so weiterläuft mit dem kleinen hier. Ujan fängt jetzt gerade erst das Klettern an. Ich meine, man sieht ja noch, dass es teilweise noch ein bisschen unbeholfen ist. Er wird jetzt halt nach und nach immer sicherer werden mit dem Klettern, wird dann auch seinen Kletterraum dann zur Gänze nutzen und die feste Nahrung wird sich natürlich immer weiter steigern. Und sobald er richtig gut klettern kann, werden wir dann anfangen, ihn mit seiner Oma zusammen zu führen. Das wird erstmal hinter den Kulissen stattfinden. Wir werden Ujan dann erstmal ein paar Tage lang immer tagsüber in die Schlafbox von seiner Oma Lea packen und dass er da sich vergnügen kann, dass er das ganze kennt. Und irgendwann werden wir dann den Schieber aufmachen und dann alle drei zusammen lassen. Und dann werden wir das tagsüber immer machen, werden wir ihn zu Lea lassen, wenn alles gut aus, neu, wovon wir aber ausgehen alle Mann. Und irgendwann wird er dann auch mal über Nacht hier bleiben und auch über Nacht bei Lea bleiben. Und dann zieht er bei mir zu Hause aus und bleibt hier. Der Tagesablauf mit Ujan ist eigentlich noch ziemlich gleich geblieben. Das Einzige, was sich halt verändert hat, sind die Pausen, in denen er frisst. Also wir sind jetzt so bei Fütterungselevanten Intervalle von alle fünf bis sechs Stunden. Das ist also entspannter geworden. Dafür schläft er wesentlich weniger. Das heißt, man muss sich tagsüber und nachts wesentlich mehr mit ihm beschäftigen. Er ist immer noch ein ziemlich spät abends unterwegs. Also vor zwölf Uhr ins Bett gehen ist mit Trudia nicht wirklich möglich. Ja, ich denke auch, dass sich da nicht mehr viel ändern wird. Aber dafür kann man dann nachts doch schon mal für fünf Stunden durchschlafen. Und das macht das Ganze doch wesentlich angenehmer. Und das macht das Video ein als Flieger. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Like sehr freuen. Wenn ihr kein Video mehr verpasst, abonniert den Kanal. bis zum nächsten Mal. Tschüss.